Daten sind das neue Gold. Bei der Firma Steiger gab es früher keine gute Datenstrategie. Daten werden einfach lokal auf den Rechnern abgelegt. Wenn die internen Festplatten voll sind, wird auf externen Platten abgelegt. Wenn die auch ausgereizt sind, landen die Daten auf einem Server im Keller. Leider steht der jetzt unter Wasser. Alle Daten schwimmen davon. Und gerade jetzt hat sich das Finanzamt angekündigt. Eine gewisse Hektik bricht aus. Nach dieser Erfahrung ließ man sich zum Thema Datensicherheit beraten. Wie kann man sowas verhindern? Heute werden alle Daten automatisch und verschlüsselt bei AWS als Backup gespeichert und zentral verwaltet. Dabei stehen viele Services rund um die Datenverwaltung zur Verfügung und sind frei skalierbar. Sehr praktisch, weil die Firma gerade gehörig wächst. Gezahlt wird aber nur, was wirklich benutzt wird. Und bei allem wird höchste Sicherheit garantiert, was häufig ja auch rechtlich relevant ist. Das alles ermöglicht es der Firmen-IT, flexibel, innovativ und schnell auf die aktuelle Marktsituation zu reagieren. Und wenn das Finanzamt kommt, benötigt man nur wenige Klicks, um alle gewünschten Zahlen darzulegen. Heute guckt man bei Steiger Rosig in die Zukunft. Und da warten neue Ideen, mehr Kunden, eine aufwändigere IT-Architektur und mehr Daten. Die komplexe IT-Welt mit allen Soft- und Hardware-basierten Verwaltungsstrukturen soll über ein eigenes Disaster-Recovery-Setup von AWS gesichert werden. Vereinfacht gesagt ist dies ein Miniaturabbild der IT-Infrastruktur in der Cloud. Hilfe und lokaler IT-Support für alle AWS-Services gibt's von Allcloud. Hier werden alle Funktionen für Sie individualisiert und für Ihre Ansprüche optimiert. Allcloud. Wir kümmern uns um Ihre Daten. Und um Ihr optimales AWS-Setup.